ja hallo Leute hier ist euer Nalgrist nach langer Pause mal wieder lang kein Video mehr gebracht aber jetzt bin ich wieder hier frisch wie nie dieses Gameplay hab wieder nicht ich erspielt hat wieder der kleine Hedge der 1 mit LSW 86 LSW oder LSW 86 hat er da gespielt auf Schaldemper es war nichts gegen ihm aber ne lag nur auf ein wenig wenn man hier schon gesehen hat der Spezialisten nein ja wenn man im Hintermontation sollte da spielt nur jemand gerade in Theorie ja äh entschuldigung dass jetzt lang kein Video mehr gekommen ist halt ich war ja erstens weg zweitens ich hab nie mehr 1W3 gezogen ich hab immer Black Ops 2 ein bisschen Zombie und überlebte gegen uns und so gezogen halt schnell noch die DSF sicher auch und und jo äh Black Ops 2 wird vielleicht ich weiß nicht in die Sniper Montage kommen aber was sicher kommen wird ist ne ähm ist ne äh äh Schmerz Tommy ist halt und jo im Hintergrund spielt halt mein Freund der Hedgehog und jo äh äh was könnte man sonst reden ja in den Ferien hab ich halt ein bisschen gechillt nicht viel getan und I hope you enjoy der Intro jo äh das Intro äh hat ein Freund von mir erstellt das ist der kommt aus Blaus halt das ist nach Verloren oder Monster halt und der MP Fanat hat mir auch ein Intro erstellt äh nur das sieht halt extrem geil aus wenn man jetzt zum Ende hin ähm ähm spielen würde deswegen habe ich es halt zum Ende hin äh gespielt äh reingeschnitten halt die U und äh 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 LSW Moab halt dann gleich nach dem Moab ist er gestorben und auf der Map Mission Mission ist immer gut für den Moab hier äh hat man gerade Clion Sprecher vorbeilaufen gesehen das ist mein alter Account halt von mir von Dominic und ja der wurde halt gehackt wie gesagt beim ersten Video und ja da war ich insgesamt 5 6 oder so 4 ich weiß nicht hab ich gesagt und hier war der Nico heute halb in äh anderen Clano YouTube Player oder Teleplayer wie dann halt YouTube Player und äh ja tollen Clantek hatte da 1993 wenn ich mich nicht ehre und ja alles extrem gute Waffe wenn man mit der umgehen kann das kann der Headshot schon und ja in letzter Zeit wegen dem Video soll habe ich nicht so viele gebracht eigentlich gar keins die letzten fünf Tage weil ich war halt Urlaub und ich hatte ähm ein wenig wenig ähm ein bisschen wenig Lust Lust auf viel zu bringen weil ich habe auch FIFA ein bisschen gezockt bei äh bei FIFA ich bring keine FIFA FIFA Gameplays weil das ist ja CAD und ich Fieber jo ähm ja das Video ist halt schon glaube ich auch länger her deswegen ist es war da halt auch im anderen Clan jetzt ist er halt in meinem Clan so circa Mensch ja hier die Moop wunderschön mal wieder so eine Moops so eine sexy Moop jo okay jo ähm heute FIFA gezogen und da da klar ist der Kälfte er lacht der Schwung der Kälfte jo ähm noch noch nicht mehr lange noch eine Minute jetzt ist er noch mal draufgegangen fast und ja bitte regt euch nicht auf weil zuletzt hier war Klonerschmecher negativ ich hab gesniped das mit alles 50 auf Schalldämpfer und ich wollte sie leveln aber da muss am ersten Hartford zurück weil so geht das nicht so geht das nicht so ist das nicht möglich gut gut zu weisen und im Hintergrund war auch Trickshot Boss Trickshot Boss Trickshot Boss der vom Boss Channel he he nein Scherz he he und ja ähm ähm guter Score eigentlich von Nico um Prozent 29 zu 3 der 6 6 6 6 ja Leute haut rein schlagt euch nicht so hart auf dem Arsch und tut es euch nicht verkürzt Ciao haut rein auf Wiedersehen Ciao Monster kill kill